Nissan lässt im Vorfeld der Japan Mobility Show in Tokio die digitalen Hüllen fallen und offenbart einen ersten Blick auf seine neuen, vollelektrischen Konzeptfahrzeuge. Wobei Hyper hier nicht nur ein Adjektiv, sondern eine Mission zu sein scheint. Aber taucht dieses futuristische Konzept in den tiefen Ozean der Innovationen oder schippert es lediglich auf einer modischen Marketingwelle? Die Frage müssen wir uns heute stellen. Damit herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Ihr findet uns im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder zum Beispiel auch online auf Readly & Co. Weitere Infos dazu findet ihr stets in der Infobox unter diesem Video. Dieses Video wird euch präsentiert von Zabtec, dem norwegischen Marktführer für intelligente Ladelösungen für Elektroautos. Zabtec bietet smarte Ladelösungen für euer Zuhause, mit denen ihr euer E-Auto ganz einfach ladet. Im Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus, ein- oder dreiphasig mit bis zu 22 Kilowatt Ladeleistung und das Ganze mit 5 Jahren Garantie. Zabtec lädt jedes Elektroauto. Weitere Informationen unter www.zabtec.com.de. Den Link findet ihr natürlich auch in der Infobox unter diesem Video. Fakt ist, er wird elektrisch, sprich auch dieses Gefährt muss früher oder später an die Wallbox oder Ladesäule und wir sind gespannt, was später von diesem Konzept übrig bleiben wird. Der erste Spross der Hyper-Familie, der Nissan Hyper-Urban, stellt sich als schicker urbaner Elektroflitzer vor, der insbesondere bei umweltbewussten Stadtbewohnern und Vorstadtpendlern punkten will. Ein Aspekt, der zweifelslos Applaus verdient, ist das Vehicle-to-Home- oder Vehicle-to-Grid-Konzept. Doch während dieses intelligente Energie- und Lademanagementsystem mittels KI gesteuert wird und ökologisch sowie ökonomisch auf den ersten Blick zu überzeugen weiß, ist das Design zunächst ungewöhnlich, oder? Die Innenraumgestaltung des Nissan Hyper-Urban, inspiriert von kaleidoskopischen Dreiecken, verspricht eine ästhetische und emotionale Symbiose mit dem Fahrer. Doch hier wird ein wachsames Auge benötigt. Wie realistisch ist es, dass sich solch eine durchdachte und individualisierbare Innenraumgestaltung in Serie umsetzen lässt, ohne dass die Kosten explodieren? Und inwieweit bietet die Interim-Modularität echten Mehrwert im alltäglichen Gebrauch? Mit einer Farbgebung, die je nach Lichteinfall ihre Nuance verändert und vorderen sowie hinteren Flügeltüren, stellt der Nissan Hyper-Urban zweifelslos ein Hingucker dar. Doch auch hier sollte man sich die Frage stellen, inwieweit verbindet dieses Design tatsächlich Ästhetik und Praxistauglichkeit? Flügel- oder Scherentüren beispielsweise, so spektakulär sie auch sein mögen, haben in der Vergangenheit oftmals den Ruf der Impraktikabilität in bestimmten Parksituationen erlangt. Und die Chancen auf eine Serienfertigung in einem Fahrzeug für die Massen für uns Gen 0. Dennoch darf man spekulieren, welche Teile bzw. Ideen in zukünftigen Nissan-Fahrzeugen eine Rolle spielen werden. Fakt ist, ab 2030 wird Nissan in Europa zur Elektromarke. Das sind nur noch sieben Jahre. Global betrachtet sollen 19 neue Elektrofahrzeuge auf die Straße rollen. Was sagt ihr? Hyper Hyper, How Much Is The Fish oder Respect To The Man In The Design Studio Van? Schreibt es uns in die Kommentare und hinterlasst, falls noch nicht geschehen, auch gerne ein Like sowie ein Abo. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion. Euer Jens. Ciao. Schreibt es uns in die Kommentare und schreibt es uns in die Kommentare und schreibt es uns in die Kommentare.